Nimm das nicht als Snippet, bitte. Doch, mach ich. Nein, nix. Hiermit verboten. Ich protestiere. Okay, alles klar. DAW Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der DAW Versteher hier aus den heiligen Hallen des Doria Mastering Studios in Holtwig. Und ich freue mich, dass du dabei bist, dass wir dabei sind und dass ich zu Gast sein darf bei meinem lieben Freund, den goldenen Ohren von Holtwig, Björn the Man Schlüter. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich ganz besonders, dass du wieder den Weg auf dich genommen hast. Den weiten. Den weiten. Diesmal nicht aus Wollbeck, sondern direkt aus Griechenland quasi. Hier auf dem Privatflughafen in Rosendal-Holtwig gelandet. Auf den Schlüter-Privatflughafen. Also da, wo sonst nur mein Hubschrauber landet. Liebe Jonas Wagner, direkt aus Griechenland eingeflogen. Schön, dass du wieder da bist. Ja, und vielen Dank für den leckeren Kaffee, den ich schon in der Hand habe aus unserer wunderbaren DAW Verstehertasse. Wir stoßen auf euch an. Viele hören das morgens zum Frühstück am Sonntag. Von daher frühstücken wir jetzt quasi auch virtuell mehr oder weniger mit unserer Verfolgerschaft. Wackbällchen hatten wir ja schon. Wackbällchen to go gab es auch schon, genau wie letztes Mal, als wir ja im Prinzipalstudio waren. Das war übrigens, ich fand das nochmal in der Nachbetrachtung, fand ich das wirklich klasse, dass wir da mit Publikum aufgezeichnet haben. Total cool. Weil das war wirklich ein Ding, was wir ja demnächst nochmal wiederholen werden. Wenn wir auf der Studioszene sein werden, in drei Wochen. Am 19.10. Genau, am 19.10. sind wir auf der Studioszene in Hamburg. Da kann man uns dann live beim Podcasten zugucken. Oder uns auch vorher oder nachher treffen, Händchen schütteln, Foto machen. Käffchen trinken. Ja, Käffchen trinken, Käffchen ausgeben vor allem. Ich bin mal gespannt, ob wir in Hamburg auch Quarkbällchen finden. Ich stehe schon in Kontakt mit einigen regionalen Backwarenanbietern. Okay, ich habe schon Angst. Sonst nehmen wir wahlweise Backfisch, den mag ich auch sehr gerne. Nee, Franzbrötchen wäre dann die Alternative. Franzbrötchen? Ja, kennst du das nicht? Doch, hast du mir glaube ich schon mal von erzählt. Das wäre der Shit irgendwie so. Das ist der krasse Shit in Hamburg, weil ich habe auch tatsächlich die Geschichte der Franzbrötchen. Interessiert dich das? Habe ich das nicht letztes Mal schon erzählt? Ich meine, das hast du schon mal erzählt. Weißt du, wann ich das erzählt habe? In den Prinzipalstudios habe ich das erzählt, aber nicht vor Kamera. Ja, dann erzählst du mal jetzt vor der Kamera, bevor ich gleich aus Griechenland berichte. Genau, weil der Kollege aus Hamburg ja da war und der hat über die Franzbrötchen erzählt. Stimmt, genau. Und ich wusste tatsächlich den Shit über die Franzbrötchen, den er noch nicht mal wusste. Den der Hamburger nicht wusste. Ich weiß übrigens gar nicht, ob das stimmt, weil ich habe das von einem Urhamburger gelernt. Ja, aber du weißt doch, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit ist doch Teil unseres Berufsbildes. Aber das mache ich ja quasi schon dauerhaft, deswegen wollte ich mich kurz hinterfragen. Nee, also ein Urhamburger hat mir das erzählt, weil ich habe gesagt, boah, hier bei euch die Franzbrötchen, das ist ja richtig lecker und ganz toll. Sagt er, ja, weißt du denn, woher die kommen und wie das passiert ist und so? Ich sage, nee. Woher? Woher? Ja, vom Bäcker kommen die, ne? Ja, weiß ich nicht. Okay, es war so, Napoleon stand vor Hamburg und die Stadt Hamburg hat sich kampflos ergeben. Aha. Ja, hat sich Napoleon und seine Armee ergeben und die Franzosen wollten natürlich gerne dann, als sie in Hamburg dann, als sie es eingenommen haben sozusagen und da dann gelebt haben, wollten sie gerne Croissants haben. Allerdings waren die Hamburger Bäcker... Croissants, kleiner haben wir es nicht, oder was? So, und die Hamburger Bäcker waren aber nicht in der Lage, Croissants herzustellen, also die so aufgehen zu lassen, so luftig zu machen und daraus entstanden sind quasi diese Franzbrötchen, Franzosenbrötchen. Achso, jetzt verstehe ich das, Franzosenbrötchen. Genau, weil eben, ich weiß jetzt nicht, also jeder, der irgendwie backen kann und Ahnung hat von backen, wird mir das jetzt verzeihen. Ich weiß nicht genau, was daran falsch ist. Irgendeiner wird es mit Sicherheit wissen, der schreibt es mal bei YouTube in die Kommentare oder auch tatsächlich gerne per Mail an uns, weil mich interessiert das ja auch. Ja. Irgendeine Zutat, irgendwas war halt zu viel oder zu wenig, deswegen sind die halt so eher matschig und platt geworden. Ja. Und sind halt nicht so aufgegangen wie Croissants. Aber sind die Hörnchenformen oder sind die mehr gerollt oder so? Naja, also tatsächlich könnte man, wenn man das weiß, denken, das ist so wie ein Croissant, was du so platt drückst, was insgesamt halt nicht dieses ganz, also das ist auch so ein Blätterteig, aber dieses blättrige, sondern was halt mehr so ein bisschen schwerer, ein bisschen massiger ist. Kennst du Schwedenbrötchen? Nee. Daran erinnert mich das nämlich tatsächlich, ich habe völlig vergessen, dass es die früher gab, die gab es nämlich auch bei Bäcker Ebbing, wo ich immer unsere Quarkbällchen kaufe. Ich weiß es nicht. Das ist im Prinzip Blätterteig, aber gerollt einfach nur und der geht dann halt so auf, dann hast du so eine Rolle, die ist auch etwas schwer, okay, vielleicht bringe ich nächstes mal Schwedenbrötchen mit. Das ist tatsächlich sowas wie so ein Croissant, was so ein bisschen platter ist und dann ist das traditionell mit Zimt. Wir bleiben ja über Nacht in Hamburg und dann werden wir das zum Frühstück verspeisen und berichten natürlich. Vielleicht haben wir auch wirklich keinen Erfolg mit Quarkbällchen, dann bringen wir einfach Franz Brötchen mit. Hast du denn eigentlich noch nicht unseren Technical Rider und unseren, hast du das noch nicht rausgeschickt? Die Catering-Anweisung meinst du? Ja, zehn Quarkbällchen. Eine Catering-Anweisung schon mal rausgeschickt an die Studios-Szene, Leute, ohne Quarkbällchen können wir nicht arbeiten. Lieber Marc, lieber Klaus, schaut mal, dass ihr da auf jeden Fall eine Wagenladung Quarkbällchen habt. Dann packe ich die Sicherheitshalber hinten meinen Kombi rein, dann kann ich den kompletten Laden damit versorgen. Irgendwie so. Aber gut, ich schätze, du hast in den letzten Tagen auch viel leckeres Essen zu dir genommen, was aber weniger aus Quarkbällchen bestand. Ja, eher vegetarisch sogar teilweise oder größtenteils sogar, weil wenn ich in Griechenland bin, ich komme ja gerade aus Griechenland, wo man viel, viel mehr vegetarisch isst, also habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, viel mehr vegetarisch isst, als man hier beim Griechen vermuten würde. In Deutschland wirst du ja mit Fleisch zugeschossen von oben bis unten. Manchmal liegt noch so eine Gurke mit drauf. Ja, so eine Alibi-Gurke mehr oder weniger. Aber letztendlich in Griechenland kannst du dich nahezu nur von Vorspeisen ernähren und wirst auf jeden Fall immer satt werden und immer köstlich satt werden vor allem. Also Weinblätter, Auberginen. Auberginen, Zucchini, also Kolokizo, Keftedes sind zum Beispiel so Bällchen, so Zucchini-Bällchen, die dann frittiert werden oder je nachdem, wie sie zubereitet werden, ganz köstlich irgendwie. Wenn ich davon vier Stück esse, bin ich schon fast satt. Bei uns auf der Insel gibt es Saganaki-Käse, das ist so ein spezieller Quietschekäse in so einem Teichmantel drin. Ist das nicht Feta? Nee, eben nicht Feta. Wenn du Feta heiß machst, dann zerbröselt der ja. Und Saganaki ist irgendwo, ist keine Kaloumi, aber irgendwie sowas, wie gesagt, ich habe den auch bisher nur auf der Insel gesehen und bei uns in Münster gibt es einen Griechen, der, das sind aber Kreter und die kennen das gar nicht. Also auf Kreta scheint es diesen Käse nicht zu geben, die kannten keinen Saganaki und dann habe ich bei denen mal irgendwann frittiert, einen Halloumi bestellt, das war so einigermaßen als Ersatz, aber solche Sachen irgendwie. Ich war vor kurzem noch beim Griechen und hatte Saganaki, das war ganz auf der Karte. Ich kenne das auch als im Prinzip im Backteig, also Feta im Backteig. Aber es ist eben kein Feta, genau. Okay, Feta im Backteig und dann halt schön in Öl ausgebacken, so kenne ich das halt. Ja genau, also es gibt natürlich Feta mit Susami Kimeli, das ist Feta mit Sesam und Honig, was ganz köstlich ist. Oh, das kenne ich, ja, ja. Das ist eine ganz große Köstlichkeit, kann man auch auf einem eigenen Grill zu Hause machen, irgendwie so nimmst du so ein Pfännchen oder machst du in eine Alufolie rein, Feta rein, Sesam drauf, Honig drauf, zumachen, einfach heiß werden lassen, lecker, immer lecker. Was ich ja letzte Woche noch auf dem Grill gemacht habe, das waren auch so Feta-Pakete, nämlich einfach so einen Block Feta, dann Salz, Pfeffer, bisschen frischer Basilikum, frischer Petersilie, bisschen Rosmarin, Thymian, dann Lauchzwiebeln und Paprika. Das Ganze dann quasi auch in einem Paket, aber ich stehe nicht so auf Alufolie in Berührung meines Essens. Ja, okay. Das heißt, das war in Alufolie, aber innerhalb der Alufolie hatte ich noch Backpapier. Ah, gute Idee. Ja, aber ich mag Alufolie und Essen mag ich nicht so gerne. Und dann... Hast du noch nie einen Döner aus der Alufolie gemampft? Ja, aber das ist ja dann ein bisschen was anderes. Da ist ja auch noch so... Andere Uhrzeit. Andere Uhrzeit, anderer Gemütszustand und außerdem ist ja dann nochmal so eine Papierserviette drum. In den guten Läden, in den Premium-Läden, die nachts um 3.22 Uhr noch geöffnet haben. Weißt du, woran du am nächsten Morgen erkannt hast, dass du am Abend noch einen Döner gegessen hast? Nee. Am Krautsalat auf deinen Schuhen. Und das ist auch eine witzige Geschichte, muss ich auch kurz erzählen. Vor ein paar Wochen habe ich, glaube ich, doch habe ich auch erzählt hier, dass ich in Aachen war und da haben wir Freunde getroffen und da war ja Weinfest und so und da musste ich tatsächlich lachen, weil ich war vor ein paar Jahren schon mal in Aachen, ist mir dann tatsächlich aufgefallen und zwar sind wir aus dem hohen Norden mit einem Bus, mit einem Orchester, waren wir auf dem Weg nach Frankreich, nach Südfrankreich sogar. Und wir sind halt im Norden unseres schönen Landes eingestiegen und haben gesagt, wir können ja mal ein bisschen was trinken, weil wir fahren ja nur bis Aachen und hatten da eine Zwischenübernachtung. Und ja, was soll ich sagen, das hat geklappt. Also grundsätzlich hat erstmal geklappt. In welchem Zeitrahmen? Ja, ich weiß, keine Ahnung, wir waren eine gewisse Zeit lang unterwegs und wir haben auch ordentlich Getränke zu uns genommen und sind dann irgendwie da aus dem Bus rausgestolpert in Aachen, kurz so aufs Zimmer und ja, jetzt müssen wir erstmal losgehen hier in Aachen. Wir müssen erstmal trinken. Genau, nicht so eine Kindergeburtstag hier, ne? Und sind dann losgelaufen und natürlich war der Hunger auch nicht zu knapp und da war dann wirklich so eine klassische, ist ja schon fast ausgestorben, Dönerbude im Sinne von, also wirklich nur Verkauf nach draußen, überhaupt keine Ladenfläche, sondern wirklich nur ein Fenster. Ja, und ich stand da halt und wollte total gerne Döner haben und er sagt, nein, du bist viel zu betrunken, wenn ich dir jetzt einen Döner gebe, dann schmeißt du mir den hier nur auf die Straße und ich muss alles sauber machen. Und anscheinend, ja, er war sehr, hat sehr, umsorgt hat er mich und ich hab gesagt, oh bitte, also auch bitte, ich hätte so gerne, ich hatte so Hunger, alle die, wir wollen dem, 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 dem harten Alkoholkonsum hier nicht frönen in diesem Podcast, aber es ist halt so passiert, da war ich ja noch jung. Ich wollte gerade sagen, vor 30. Und ich hab dann ganz viel Bitte, Bitte gemacht und hab tatsächlich einen Döner bekommen. Den du dann auf die Straße verteilt hast. Und der erste Biss war höchst Erfolg gerade und beim zweiten Biss ist mir tatsächlich dieses komplette Teil aus der Hand gefogen und aber wirklich auch so ungünstig, dass man da nichts mehr retten sollte. Ja, die blöde Schwerkraft, außerdem, woher wollen wir denn wissen, dass der örtliche Dönerverkäufer auch Hellseher ist? Ja, anscheinend. Also glücklich. Und er war nicht, nicht gerade glücklich. Er war not amused. Aber, das muss ich dann ja auch sagen, bei aller Betrunkenheit und so, ich hab dann selber den Besen in die Hand genommen und hab's auch, klingt jetzt ritterlicher, als es war, ich hab's halt einfach weggemacht, weil es natürlich total unangenehm war. Aber, ja, also ich würd sagen, kulinarisch können wir heute schon wieder einen Check. Ja, tack. Aber ich hab natürlich nicht nur gegessen in Griechenland, ich hab auch tatsächlich die Zeit genutzt und wollte da zehn Tage mal perspektivisch nachdenken. Weißt du, wenn man so, wo man sich zurückzieht und mal so reflektiert, so über das, was man so macht, über den Premium-Bereich, YouTube und so weiter, wollte ich mal reflektieren, was so gewesen ist. Weißt du, hab die ersten fünf Tage erstmal nur gearbeitet, um das wegzuarbeiten, was ich noch mitgenommen habe. Dann hatte ich noch fünf Tage Zeit, mir irgendwie mal ein paar Gedanken zu machen. Und da sind wir auch ein paar schöne Gedanken gekommen für die Zukunft, wo ich wirklich gedacht habe, ja, da könnte ich auf jeden Fall mal Bock drauf haben. Weil der Premium-Bereich selber, ich betrachte den ja mittlerweile als so eine Art Bibliothek. Weißt du, du bezahlst einen Eintritt, kannst in die Bibliothek reingehen und es gibt ganz viel, wo du dich bedienen kannst. Es gibt ja die Mix-Tutorials, die Songs zum Selbermischen, dann gibt es die Community, wo man sich treffen kann und so weiter und so fort. Ich habe gedacht, was eigentlich noch fehlt, ist so ein Workshop-Bereich, wo man dann tatsächlich Workshops macht, wo man zum Beispiel tatsächlich blutige Anfänger reingehen könnten und sagen, okay, A von DAW aufmachen bis Z wie Master zu machen oder so, A bis Z oder so, mein erster Song und so weiter. Und werde da jetzt demnächst mal den Fokus mehr auf Workshops nochmal legen, weil ich denke, mit über 50 Songs, glaube ich, zum Selbermischen mittlerweile im Premium-Bereich und über 40 Tutorials ist dann auch immer, wer soll das alle gucken, vor allem, wenn du da reinkommst. Und dann ist mir noch die Idee gekommen, dass es den Premium-Bereich demnächst nur für einen Monat gibt. Das nennt sich dann Premium Simple. Da kannst du dann die aktuellen Spuren des Monats, wenn die dich interessieren, kannst sie dir runterladen. Genau, kannst dir das aktuelle Tutorial angucken. Im nächsten Monat wird es über drei Stunden lang werden, das große Tutorial. Und wird demnächst gestartet und wo du dann die Mixbar mitmachen kannst, wenn wir uns treffen in der Mixbar und so weiter. Aber so ein bisschen abgespeckt, sodass man mal reinschnuppern kann und feststellen kann, ob das für einen was ist. Kann man das dann auch nur einmalig machen oder könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich sage jetzt mal so klassisch, wo man sagt, boah, ich habe irgendwie, keine Ahnung, beruflich mache ich das und das. Ich bin im Sommer sowieso die ganze Zeit unterwegs. Kann ich das mir einmal im September und dann nochmal im Januar gönnen? Das Coole ist, die coole Idee finde ich eigentlich dahinter, dass wenn die Spuren des Monats dich interessieren, wenn du den Song cool findest und auch Zeit hast, das zu mischen und so weiter und dich damit auseinandersetzt, dann buchst du dir das. Ist halt ein bisschen teurer, als wenn du den Jahresbetrag machst, muss ich auch rechnen. Aber wo du dann einfach so Cherrypicker-mäßig dir rauspicken kannst, was dir gefällt. Also ist jetzt leider ein Monat zu spät, sonst hättest du dir jetzt im September, hättest du dir dann quasi, also September ist ja heute vorbei, wenn die Folge hier rauskommt. Heute ist ja glaube ich 1. Oktober dann, wenn die Folge hier online geht. Ich glaube Sonntag ist der 1. Oktober, ne? Ja. Und im September zum Beispiel waren ja die Spuren von dem Song, den wir mit Vincent Sork aufgenommen haben. Aber wenn das Produkt dann bis dahin am Start ist. Grandiur-Schlachtzeug auf jeden Fall. Ja, super. Und das Mix-Futorial steht ja bis zum 15. Oktober noch zur Verfügung. Von daher wäre das auch ganz cool alles. Also um auf meine Frage zu antworten, ja. Ja. Achso, ich rede schon wieder so viel, ne? Um es kurz zu machen, ja. Man kann das so aufmachen, wie man lustig ist, aber unterm Strich rechnet sich natürlich dann eine Jahresmitgliedschaft, wenn es so viel ist. Aber man kann feststellen, dass das für einen ist. Finde ich glaube ich für viele interessant, ne? Ja. Ich meine, ich kann es ja verstehen, wie du schon gesagt hast. Du hast so viel Inhalt in diesem Premium-Bereich. Also von wirklich Basiswissen über halt sehr speziell auf einzelne Songs, auf einzelnen Genres eingegangen. Unsere Mix-Kritik, die wir ja jeden Monat noch machen. Die super wertvoll ist und alle Leute lieben diese Mix-Kritik. Einmal im Monat, wenn wir über einen Song sprechen und einfach sagen, was uns gefällt, was uns nicht gefällt und was wir... Genau, also einfach nur Ideen austauschen, gewisse objektive Sachen natürlich auch, die jetzt dann vielleicht eher auf meiner Seite sind, technischer Natur oder so. Ich bin da mehr subjektiv als... Ja, ich ja auch, aber es gibt ja kein Richtig oder Falsch, aber halt so ein paar Dinge, die dann vielleicht auch mehr so in Richtung Final Mix oder Mastering oder so gehen irgendwie. Das ist natürlich eine Menge Inhalt und ich kann jeden verstehen, der natürlich sagt, ey, ich gehe jeden Tag neun Stunden arbeiten, ich habe eine Family, ich habe irgendwie ganz viele Sachen. Sachen, die können sich halt nicht jede Woche drei Stunden oder so mit Inhalt beschäftigen. Das geht bei vielen. Ne, noch nicht mal mit Inhalt, auch mit ihrem eigenen Hobby schon nicht. Ja, ja, genau. Wenn du schon keine drei Stunden für deine eigenen Songs hast, wie willst du denn noch drei Stunden finden, um dann noch andere Tutorials zu gucken? Ne, das kann ich schon gut verstehen. Deswegen finde ich das super, wenn man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, ich bin Lehrer, ich habe vielleicht mal im Sommer, in den Sommerferien nehme ich mir mal Zeit dafür oder weiß ich nicht, ne, ich nehme mir mal irgendwie Urlaub und beschäftige mich mal ein bisschen oder so oder ich habe da Urlaub in einem Zeitraum, das für Urlaub nehmen, fände ich schon krass, aber ich habe da vielleicht mal ein bisschen Zeit. Dann ist das ja eine super Sache, einfach zu sagen, okay, ich hole mir das mal für einen Monat. Ich gönne mir mal einen Monat. Ist so wie so ein Monat Sky, ne? Also du kriegst bei, wenn du dir einen Monat Sky holst, dann kannst du auch einen Monat lang Fußball gucken und so weiter und im nächsten Monat halt eben nicht, so je nach Bedarf und wie gesagt, du kannst es dann auch davon abhängig machen, ob das Thema dich interessiert, der Song dich interessiert oder der Tutor dich interessiert und so weiter und habe das mir ausgedacht, also Premium Simple kommt dann demnächst, das finde ich ganz spannend, dann wird es einen großen Workshop geben zum Thema Podcast von A bis Z, also wirklich für Leute, die frisch anfangen, gibt es wahrscheinlich auch eine Masterclass, habe ich mir ausgedacht, wo man dann wirklich nur mit zehn festen Leuten arbeitet und so weiter, also unfassbar viel Zeug ausgedacht, von daher habe ich dann riesen, ich bin mit einem riesen Kopf nach Hause gekommen und hatte brennvoll Ideen und stehe jetzt schon wieder davor, dass wir jetzt die nächste Zeit so viel unterwegs sind, dass ich gar nicht das alles umsetzen kann, aber es wird auf jeden Fall spannend und deswegen waren diese fünf Tage von den zehn Tagen, die ich dann nur perspektivisch gearbeitet habe, schon so effektiv, dass ich gedacht habe, gut, dass ich nicht zehn Tage gemacht habe, sonst hätte ich wahrscheinlich als erstes mal vier Leute einstellen müssen, um das überhaupt alles abzuarbeiten. Du machst das, du machst das, ich kann das gut nachvollziehen, haben wir vor was gönnen. Ja. Es haben sich ja auch einige Leute ein tolles Wochenende in den Prinzipalsstudios gekönnt. Von dem wir uns ja letztes Mal gemeldet haben. Genau, da haben wir ja letztes Mal live, oder was heißt live, also wir haben dort aufgezeichnet und haben ja sehr positive Kommentare am letzten Mal bekommen bei YouTube. Definitiv. Wenn ihr wüsstet, wie es in Wirklichkeit war. Wir waren fix und fertig, aber ihr habt es gemocht. Wir waren echt fix und foxy, muss man sagen. Es war super heiß und genau, Jonas wurde zugebombt mit musikalischen Ideen, ich wurde zugebombt mit acht Minuten auf der I-Hat und natürlich... Sonnenarm! Ja, genau. Ich habe super viele tolle Gespräche gehabt mit den Leuten. Aber das war der Freitag, als wir das aufzeigen. Das war der Freitag, da kamen ja noch zwei Tage. Da war ich jetzt nicht mehr dabei, deswegen, wie war es denn noch? Es war sensationell. Also wir haben wirklich so lange und so intensiv am Song gearbeitet und er hat tatsächlich nochmal eine komplett neue Richtung genommen und ich habe dann hinterher den Song an meinen Freunden... Heißt er denn noch Sommersonnenfänger? Ja, er heißt noch, ich habe ihn noch nicht final entschieden, er ist ja noch nicht erschienen. Aber ich finde das Wort Sommersonnenfänger einfach super. Von daher, das ist halt so ein catchy Wort irgendwie. Aber ich habe es dann hinterher an meinen Freund Jan Löchel geschickt und habe ihm nur draufgeschrieben, weil er kannte den Song auch in der Ursprungsfassung und habe nur draufgeschrieben, wenn man Vincent Sorg bestellt, bekommt man auch Vincent Sorg und das ist tatsächlich... Du kannst mit einem kleinen Indie-Song nicht zu Vincent gehen und hoffen, dass du mit einem kleinen Indie-Song hinten rauskommst, sondern es kommt immer ein bombastisches Werk hinten raus. Und ich liebe einfach diesen Ansatz von Vincent zu sagen, ich komme ja so, dass man so eine Rampe baut, so über den Song-Dynamik und immer ein bisschen steigern und so weiter. Und Vincent sagt einfach, der erste Refrain muss direkt knallen, weil wir wollen ja, dass sie sich den zweiten auch anhören. Und du stehst davor, ja, okay, so kann man es natürlich auch sehen. Genau, klar. Und genau so ist der Song natürlich dann auch. Voll auf die Fresse. Aber was er geschafft hat, er hat das in Anführungszeichen Beste aus mir rausgeholt, weil wir haben den Song tatsächlich so angesetzt, dass ich wirklich immer im oberen Register singe. Und dadurch hat der Song einfach nochmal so viel neue Energie bekommen. Die Gitarren brennen, dein Schlagzeug brennt, der Bass, alles brennt irgendwie hinten, noch einen fetten Chor drauf, alles, die ganze Luft brennt bei dem Song. Und deswegen freue ich mich jetzt schon, wenn wir den dann nächstes Jahr rausbringen. Wenn ich den dann nächstes Jahr rausbringe, mein erstes offizielles Single wird das dann wahrscheinlich werden, denke ich mal. Mit Musikvideo. Ja, mal gucken, ob ich die tatsächlich, ja, mit Musikvideo, ja, doch, muss schon, ne? Ja, drehen wir hier im Storia-Maßring-Studio. Nee. Bring eine Drohne mit und dann machen wir hier riesige Aufnahmen und so weiter. Ja, wir machen das, Sommersonfänger, fahren wir hier schön zum Holtwicker See oder so. Wir fahren Schloss Fahler. Schloss Fahler. Ja, super. Oder in der Lüdinghausen, Burg Fischering oder so. Ja, Burg Fischering, genau. Da machen wir, genau, da lassen wir noch was einfallen. Auf jeden Fall machen wir es groß und dann gucke ich mal, ob ich dann auch einen von diesen Distributoren mal nutze. Ich selbst bin ja GEMA-Mitglied, da gibt es ja den Music Hub als Vertriebsplattform, wenn wir, ja, keine Ahnung, ich wollte es mal ausprobieren, vielleicht, also meinst du dafür, wenn ich es ernst meine, soll ich den besser nicht nutzen oder was? Nein, ich weiß, ehrlich gesagt, kann ich jetzt gar nicht aktuell die allerneuesten Infos dazu geben, weiß ich nicht. Es ist halt für GEMA-Mitglieder, glaube ich, kostenlos, ne? Genau, das ist ein großer Vorteil, also ich muss kein Distro-Kit bedienen. Ja, ja, klar, aber ich sag mal, wir reden jetzt hier irgendwie über 20 Euro im Monat oder was, ne? Geschenkt, darum geht es ja auch gar nicht, es ging eher darum, so einen Distributor überhaupt mal zu benennen. Ja, also weshalb ich das jetzt, nicht, dass jetzt irgendwie böse Kommentare oder E-Mails kommen, weshalb, was ich an Music Hub nicht verstehe, ist, dass du da immer noch darauf begrenzt bist, 44,1 Kilohertz und 16 Bit abzugeben, was ja natürlich... Hält ein Weltit von seinem Erfolg auch nicht ab, oder? Nein, natürlich nicht, aber trotzdem denke ich, wir leben in 2023, wir haben die lossless Streaming-Dienste, wir haben die Möglichkeit, ob das jetzt, bitte nicht über die Sinnhaftigkeit sprechen, aber wir können 192 Kilohertz streamen, wir können 24 Bit natürlich streamen, es kommt dazu, dass all unsere Geräte, die wir so in der Hand haben, meistens... Mit 64 Bit arbeiten? Ja, Handy, weiß ich jetzt gar nicht, oder so, ne, eigentlich eher nicht 24 Bit. Achso, du meinst Audio, ja, ja, aber intern rechnen die mit 64 Bit, ne? Ja, ja, ich meine jetzt Audio, ne? Und die meisten laufen auch nativ auf 48 Kilohertz, nicht auf 44,1 Kilohertz, ne? Ähm, könnt ihr mal, ähm, weiß ich, kann man das vom iPhone auch schicken, da müsste ich selber mal nachgucken, ähm, also das gibt so lauter Sachen, es wird ja sowieso fast auch sehr häufig Musikvideos produziert, ähm, und irgendwie das Ganze dann am Ende des Tages wieder runterzubrechen auf 44,16, hat jahrzehntelang gut funktioniert für die CD, ne, interessiert jetzt keine Sau mehr die CD, ähm, außer eben sehr, ähm, ja, in Kreisen, wo CDs immer noch super wichtig sind, irgendwie eher im Metal-Bereich, Rock-Bereich, da ist immer noch sehr, sehr viel CD und natürlich im Klassik-Bereich, ähm, was vielleicht auch ein bisschen so mit der, ähm, ja, ja, wahrscheinlich schon, ne? Also meine Mutter stellt sich, ich habe, habe ich gestern noch bestellt, also ist nicht Schlager, muss ich dazu wirklich sagen, aber ich habe gestern noch eine CD tatsächlich bestellt, weil das neue Album von Max Rabe kommt raus. Okay. Ja, aber das ist so ein klassisches Album, so ein klassischer Album-Titel, wo die CD bestellt wird und die bringe ich, die, nicht nur, dass ich die höre, ne, aber, aber die gebe ich meiner Mama und die kann die dann in, äh, in Spieler reinschieben und hört sich die Tag und Nacht dann an. Und nächstes Jahr gehe ich aufs Konzert von Max Rabe. Ja. Sehr schön. Ich habe da letztes Mal schon erzählt, dass das Konzert von Max Rabe eigentlich auf Krankenschein geben sollte, weil, da gehst du auf jeden Fall mit guter Laune raus. Ich freue mich jetzt schon drauf, dass nächstes Jahr Max Rabe in Halle Münsterland spielt und ich da hingehen werde. Mega cool. Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist das, was mich stört einfach. 441. Ich sehe keine Notwendigkeit dafür, das so zu machen, ähm, irgendwie. Aber was genau stört dich daran? Warum? Also ist der Musikgenuss für dich so unerträglich darüber? Nein, überhaupt nicht. Von mir aus kannst du auch MP3 320 Kbps hochladen. Na ja eben, deswegen frage ich ja. Ich verstehe einfach nur nicht, warum. Mir geht es einfach nur darum, warum diese Limitierung, ähm, da ist. Na, Gegenfrage, warum nicht? Mehreres. Also gehört da durch einer weniger Musik? Ähm, nicht unbedingt, nee, aber du hast ja, beispielsweise, wenn du, ähm, ich bin zum Beispiel Nutzer von, ähm, Amazon Music. HD gibt es, glaube ich, ne? Nee, genau, das gab es früher mal. Es gibt Amazon Music, es gibt kein HD mehr. Ach so. Das ist alles dort integriert. Automatisch. Ich habe ja auch schon, habe ich ja auch schon in diesem Podcast, glaube ich, zehnmal darüber erzählt, dass Spotify angekündigt hat, eine High Definition Lossless Plattform zu veröffentlichen und fünf Tage später hatte Apple und Amazon Lossless integriert und Spotify hat es bis heute nicht. So, und das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr oder zwei her oder so. Ja, und? Ähm, so, und da gibt es eben diesen Badge, ob du, äh, ob die Soundqualität HD oder Ultra HD ist. Ja, okay. So, und ich finde, für jemanden, der erstmal, äh, keine Ahnung davon hat, der denkt, boah, Ultra HD, ist ja geil. Ja, ist so viel 4K am Fernsehen, Ultra HD. Ja, ist doch erstmal völlig wurscht. Warum sollte man sich die Möglichkeit nehmen, wenn man den Song in 4824 produziert, aufgenommen, gemischt und gemastert hat, warum sollte man sich in der allerletzten Instanz, nur weil einer sagt, nee, wenn du es bei mir hochlädst, dann darfst du nur 4816. Wenn du es bei RecruitJet machst und DiscoKit, kannst du überall 1924 hochladen. Das verstehe ich einfach nur nicht. Du bekommst diesen Badge nicht. Ein Apple Digital Master ist kein Apple Digital Master mehr, weil ein Apple Digital Master mindestens 24-Bit haben muss. Okay, also das kann ich in der Zeit nachvollziehen, dass man mit 24-Bit Musik nutzen sollte, aber letztendlich, äh... Es klingt ja dadurch nicht schlechter, mein Gott. Eben, also nicht wahrnehmbar schlechter, sagen wir es. Es geht einfach nur um die Tatsache, es drehe ich mich einfach auf. Es kann doch technisch... Ich will mich jetzt aufregen, aber... Ja, ich möchte mich sagen jetzt so, es kann doch technisch jetzt nicht so schwierig sein. Natürlich, wenn wir darüber sprechen, dann brauchen wir auch keinen Podcast über Tontechnik machen, weil dann brauchen wir auch kein Mastering-Studio mehr, wenn es darum geht, dass man... Das war die Kirche im Dorf hier. Das war die Unterschiede, die Unterschiede nicht hört. Ja. Natürlich hört man zwischen 44, 24 und 16 jetzt keinen Unterschied, vor allem nicht über Streaming und über Handy und keine Ahnung was. Sowieso nicht, genau. Es geht ja einfach nur darum, warum sich die Möglichkeit zu nehmen, weil es ist ja... Für mich stellt das jetzt keinen großen technischen Aufwand dar. Nee, weil es ist ein Anlass, der ja sowieso rauskommt. Aber wie gesagt, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Vielleicht können uns das die Kollegen von der GEMA ja mal beantworten. Ich könnte sie ja mal fragen, wer nicht fragt, bleibt dumm, warum das so ist. Vielleicht sind die Festplatten noch zu teuer da oder vielleicht haben die noch alte Bestände aus alten Zeiten, die noch abgearbeitet werden müssen und die dürfen nicht so viele Daten fassen. Wir werden es herausfinden auf jeden Fall. Die Idee war ja auch nur, das als Beispiel für einen Distributor zu nehmen. GEMA ist auch staatlich, ne? Nein, natürlich nein. Es ist Gesellschaft für Mechanische Verwertung und Auswertung. Nee, nee, es ist ein... Also es hat natürlich sehr behördliche Strukturen und es gibt nicht wenige Leute, die das ähnlich wie das Abrechnungsprinzip bei Spotify auch mal aufbrechen wollen. Und die GEMA bewegt sich auch wirklich, muss man wirklich sagen. Also dafür, dass sie jahrzehntelang wirklich von sehr alten weißen Menschen regiert wurde, bewegt sich da extrem viel in Richtung. Nur eben wie bei einer Behörde, jetzt auch nicht so ultimativ schnell oder sonst was irgendwie. Also die haben auch immer noch ein Printmagazin, was sie rausbringen, wer zu Teufel liest. Außer bei der Tageszeitung heute noch Print irgendwie, ne? Ja, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn das Magazin vom Verband Deutscher Tonmeister, also ich bin ja im Verband Deutscher Tonmeister. Du hast mich immer noch nicht vorgeschlagen, ich will da rein. Denke ich mir auch jedes Mal wieder, warum? Weil ich meine, das ist ja, man freut sich ja, man hat das ja dann da liegen im Wohnzimmer und irgendwann kommt der Moment, wo du vielleicht mal denkst, och, liegt der da? So, und dann liest du aber halt mal irgendwas, was du vielleicht noch nicht weißt, aber dann liest du auch andere Sachen, die du natürlich in anderen Medien, im Internet oder in irgendwelchen Foren oder Facebook, Instagram, schlag mich tot. Also es ist im Prinzip ja nur eine Sammlung von Infos. Für mich ist ja, der maximale Grusel ist ja im Prinzip, ich bin ja Tageszeitungsleser, also jetzt nicht, weil ich den aus aller Welt teile. Aber E-Paper, oder? Nee, nee, schon echtes Papier, weil ich das morgens genieße, vor die Tür zu gehen, das rauszuholen, dann die große Zeitung aufzublättern. Aber natürlich habe ich die ersten 25 Seiten alle gestern schon im Netz gelesen oder bei der Tagesschau gesehen oder sonst wo, wo ich mich informiert habe. Für mich ist der Lokalteil der interessante Teil. Also den ersten Teil, den blätter ich durch aus Gewohnheit. Aber da lese ich natürlich meistens nur Sachen, die ich sowieso schon weiß. Manchmal, also nicht manchmal, in der Westfälischen Nachrichten ist immer eine sehr gute Karikatur drin, die ich wirklich, allein dafür würde ich die Zeitung schon buchen, weil die ist einfach super. Aber der Lokalter ist der, der mich interessiert, sodass ich erfahre irgendwie, dass wir jetzt tatsächlich Glasfaser bekommen in Wolbeck. Wahnsinn! Wir haben ja neulich darüber gesprochen, das Großfelder Unternehmen hat durchgezogen und wir werden jetzt tatsächlich Glasfaser kriegen. Wann ist noch nicht klar, aber irgendwann wird dann tatsächlich auch Glasfaser kommen und dann werde ich nicht mehr mit 40 Megabit hoch, Kilobit hoch streamen, sondern mit 200 oder sonst was irgendwie. Mit anderen Worten, dass die Masterclass, die ich jetzt bei mir im Premium-Bereich hochgeladen habe, mit drei Stunden, dauert dann im Upload eben nicht mehr den ganzen Tag, sondern vielleicht nur noch eine, ja, frag dich, frag dich, du machst den Rechner an und der läuft einfach nur, damit der hochlädt. Also da könnte ich mir auch ein Raspberry Pi verkaufen, bauen und sagen, so, du bist jetzt mein Hochladerechner, das ist furchtbar. Also selbst in Holtwig, wir reden ja hier über 3000 Einwohner. Magic Holtwig. Magic Holtwig. Wir haben, glaube ich, mittlerweile eine 1000 Mbit-Leitung. Ja, die ist auch super und die haben wir im Prinzipalstudio am Arsch der Heide. Du weißt ja, wie weit draußen man ist im Prinzipalstudio. Ja, ich war dort gewesen. So, die haben Glasfaser, aber ich in Münster habe kein Glasfaser, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Aber natürlich kann das wahr sein, weil ich bin ja gerade auch wieder am Kloster Gerlebe vorbeigefahren und natürlich ist dort auch wieder der Funkempfang abgerissen beim Telefonieren. In dieser einen Kurve direkt, das muss mit der Blitze zu tun haben. Aber was auch auf mich hinweg witzig war, ich war tanken und da verbindet sich jetzt Tageszeitungen und so weiter, Herfall und so weiter, verbindet sich, weil mir fällt auf, dass immer mehr Leute bescheuerte Namen benutzen. Für was jetzt? Für Dinge. Für Dinge. In Münster in der Zeitung steht zum Beispiel, es gibt in Münster ein veganes, ich glaube Restaurant, Laden oder so, die heißen Gustav Grün. Da habe ich gedacht, ja, gute Idee. Jetzt haben sie zum dritten Mal berichtet, dass einer von diesen Betreibern da jetzt eben nicht, der ist dann nach Bali gegangen und jetzt ist er mittlerweile in Mexiko gelandet und hat da einen Gustav Grün Laden aufgemacht, in Mexiko in so einem Surferparadies. Yeah. Dann fahre ich zur Tankstelle, fahre um die Ecke, wen sehe ich da? Den Curry Karl. Also Gustav Grün, Curry Karl, was denn noch? Irgendwie, was kommt denn als nächstes irgendwie? Dann fahre ich durch Holfig und bin wieder einigermaßen beruhigt, weil da komme ich am Friseursalon Rosi vorbei, dann bin ich wieder zufrieden, dann denke ich so, guck mal, die muss nicht irgendwie Rosis, Dosis machen oder sonst was irgendwie so. Und dann bist du an einer scharfen Kurve vorbeigefahren. Das ist ja so ungefähr. Dann habe ich die ganze Hinfahrt, habe ich überlegt, was wir denn mit deinem Storia Mastering Studio machen könnten. SM. Nein. Oh Gottchen. Das ist ein SM Studio. Ja, genau. Aber ich hatte mir ein Gedicht überlegt. Ja, was ist, sitzt du? Ich hoffe, ich kriege es noch fehlerfrei hin irgendwie. Pass auf, ich versuche es mal. So, schneiden Sie sich an. Willst du kein Desaster für dein nächstes Master, vertraue den goldenen Ohren von Björn und mach das nächste Master mit Björn. Nee. Vertraue den, willst du goldene Ohren hören? Ich kriege es noch, nächstes Mal kriege ich es Fehlerfrei hin. Willst du kein Desaster für dein nächstes Master, vertraue den, willst du goldene Ohren hören, mach das nächste Master mit Björn. So ungefähr. Ich mache es vielleicht noch mal ein bisschen runde. Dankeschön. So, dann habe ich auch den Björn-Hörn-Reim drauf und so weiter. So, aber das schaffe ich noch. Fürs nächste Mal schaffe ich das noch. Vielleicht schreibe ich mir das einfach das nächste Mal auf, dann kann ich es fehlerfrei machen. Die Leute, die uns zuhören, sehen ja nicht, dass ich ablehne. Könntest du das vielleicht in Schönschrift auf ein paar Karten kalibrieren. Ich verspreche dir, dass ich diesen mittelgelungenen Reim von gerade, dass ich den in ein Limerick fürs nächste Mal verpacke. Oh. So, dann machen wir einen Limerick daraus und dann kann ich aber richtig punkten. Den lese ich dann aber ab, damit der auf Fehler freikommt. Kannst du vielleicht auch einen Song daraus machen? Ja, apropos Song. Ich habe mir verschiedene Songs. Wir reden über Musik aus Versehen. Ja, wir reden über Musik aus Versehen. Ich habe mir in Griechenland, ich nutze in Griechenland auch immer die Gelegenheit, mir dann Songs drauf zu schaffen und habe mir tatsächlich von Chesney Hawks I am the one and only drauf geschafft auf der Akustik-Gitarre. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, das war diese Goldlocke da irgendwie aus. Hast du nicht gesehen, Anfang der 90er und so weiter. Was aber die wenigsten wissen, ist ja, dass der Song original geschrieben wurde von Nick Kershaw. Nick Kershaw, bekannt. The Riddle. I won't let the sun go down on me und so weiter. Das waren alles Songs, die unfassbar komplexe Musik in einfache Strukturen gefasst haben. Also der Song wirkt einfacher, als er ist. Sitzt du an der Gitarre, ist das erstmal wie so ein Billy Joel Song. Du fängst erst mal an mitzuspielen und denkst so, ja, ganz easy. Und dann kommst du an eine Stelle, wo... Was hat er denn jetzt da gespielt? Und vor allem, wie kommt er da hin? Und I am the one and only ist auch so ein Ding. Weil das... Die Strophe ist so simpel, wenn man sie einfach nur die Melodie hört. Ist einfach nur eine Folge von Tönen. Und dann macht er weiter und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, eine Linie, die sich wirklich jeder Honk merken kann. Darüber läuft aber eine abfallende Akkordfolge und zwischendurch dieser Break, den er da macht, der schießt dann, wo er plötzlich und ich sitze da an der Gitarre und denke so, Moment mal, das kann man doch nicht machen, irgendwie doch. Aber natürlich kann man das machen, weil es ist ja Nick Kershaw. Kann alles machen. Und es ist so unfassbar. Es macht mir so einen Spaß, dann tatsächlich so eine Musik rauszuhören, wo du eigentlich denkst, vermeintlich simpel, weil die Melodie-Folge ist ja wirklich simpel. Es kann wirklich jeder mitsingen. Jeder, der einen Ganzton von einem anderen unterscheiden kann, kann diese Melodie mitsingen. Wie bei I won't let the sun go down on me. Ist das Gleiche. Und bei The Riddle ist das auch, da ist es noch viel komplexer dahinter. Und trotzdem war es Welthit und ich sitze dann davor und dann sitzen wir aber eines Abends. Später sitzen wir dann bei einem Griechen zusammen in einer netten Gruppe. Es läuft im Hintergrund griechische Musik und da läuft plötzlich ins... Also in Griechenland, bei einem Griechen, in einem griechischen Restaurant. Verrückt, ne? Man sollte schon meinen, dass ich total ausgeflippst bin. Sagt man da nicht einfach, ich war in Griechenland in einem Restaurant? Ja. Ich hätte aber auch in einem spanischen Restaurant sitzen können oder beim Italiener oder so. Die gibt es da ja auch. Soll man ja, soll man nicht meinen. Ist das ein deutsches? Gibt es auch ein Curry-Karl? Ne, tatsächlich nicht. Aber es gibt eine Dönerbude. Aber ich weiß nicht, ob die dir was verkaufen würden. Die haben gerne einen sauberen Gehstein. Kommt auf den Uso an, den es vorher gibt. Auf jeden Fall sitzen wir da und ich habe mir ja für diesen Sommerurlaub hatte ich mir ja schon einen griechischen Song draufgeschafft. Den du hier performt hast? Den ich hier schon performt habe. Und sitze jetzt also, wie gesagt, in diesem griechischen Restaurant. Da läuft im Hintergrund griechische Musik. Was so läuft irgendwie. Und ich sitze da so und irgendwas, so eine Synapse in meinem Hinterkopf denkt so, das kennst du irgendwo her. So. Und dann springt das so mit. Es gibt so ein Kinderlied, was ich früher ganz oft gespielt habe, mit dem ich auf jedem Kindergeburtstag, mit dem ich vor jeder Kindergruppe immer performen konnte. Da war immer der Hase Augustin. Es war einmal ein Hase, der hieß Augustin und war unglaublich schnell. Wenn der so um die Ecke und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ein total cooler Song. Seht mal, wer da rennt. Seht mal, wer da rennt. Das ist wohl der Augustin. Das Naturtalent. So, das war der Text so ungefähr. So, du sitzt jetzt aus in diesem Restaurant und hörst so diese Melodie im Hintergrund und das kenn ich doch. Da haben die Schweine für das deutsche Kinderlied bei einem griechischen Klassiker abgeguckt und haben die tatsächlich, weil dann fängt er da an zu singen irgendwie. Also, ich war fix und foxy, dass man es so braun klauen kann und habe gedacht, den schaffe ich mich jetzt als nächstes drauf und das habe ich nämlich jetzt auch gemacht. Ich bin nämlich jetzt mitten dabei, meinen zweiten Song zu machen, weil der erste Song hat mir bei der Ankunft schon die Türen geöffnet. Da saß der alte Herr, der den Laden, wo ich untergekommen bin, hat den, saß draußen und ich musste noch eine Stunde warten, weil mein Zimmer noch nicht bezugsfertig war. Jetzt saß ich da irgendwie unter griechischen Weintrauben und so weiter, ganz schön bei dem alten Herrn bei Panagiotis und er saß um meine kleine Gitarre und so, ja, geht da da. So, okay, alles klar. Rausgeholt, direkt mal gespielt. Direkt einen zum Besten gegeben. Kannst du mal zeigen, was man kann? Da kam sein Schwager direkt vorbei. Der wurde mir mitgeteilt, ich kann ja so ein bisschen Griechisch mittlerweile sprechen, wurde mir mitgeteilt, dass der gut tanzen kann. Oh, okay. So, da habe ich gesungen. Der tanzte ein bisschen und da war aber, bevor ich ins Zimmer eingestiegen bin, war ich schon Freund der Familie quasi. So, das sind also Geschichten, die das Leben schreibt, wenn man mal in fremden Kulturen unterwegs ist. Ich finde das ganz spannend. Ich stelle das mal in Deutschland vor. Da sitzt jetzt so eine Rezeptionistin, Frau Ursula Mayer, die sitzt jetzt vor ihrer Pension in Berchtesgaden. An ihrem Rechner. Genau, und da kommt jetzt so ein Grieche rein, der sagt, hallo, ich bin hier. Ich bin hier in Poster. 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 Ja, genau. Und irgendwie, ja. Check-in ist erst 15 Uhr. Achso, habe ich noch eine Stunde Zeit? Ja, setz dich da hin. Ja, aber jetzt halt. Und dann holt er die Gitarre raus. Genau. Und dann holt er die Gitarre raus. Aber spinnen Sie? Wir sind Kinder. Und wollen hier, das ist Mittagsruhe. So ist der Deutsche. Also das ist ja grundsätzlich, haben wir schon ein ganz schön schlechtes Bild von unserer eigenen Kultur. Woran nie ich das nur? Keine Ahnung. Das könnte daran liegen, dass ich diese Woche ein Album entdeckt habe, wo ich wirklich tatsächlich komplett, also weggebrannt bin irgendwie. Ich bin durch, also unfassbar, ne? Einfach weggebrannt? Ja, ich weiß nicht, du scrollst so durch, wo war ich denn? Ich war aber auch bei Amazon Music. Ich habe irgendwas gesucht, keine Ahnung. Und plötzlich steht oben, frage mich nicht, warum das in meiner Vorschlagsliste drin stand. Da steht, Heino, Lieder meiner Heimat. Oh, schön. Ich denke, Lieder meiner Heimat, ist Heino jetzt endlich wieder zurück, im Moment aufs Cover geguckt. Ne, da siehst du ja trotzdem Totenkopf, Heino irgendwie so. Das muss ja irgendwas anderes sein. Dreh also das virtuelle Cover um und lese hinten drauf, der erste Song, den Heino performt, ist, geh mal Bier holen. Geh mal Bier holen, von meinem alten Kumpel Amaretto. Also Amaretto hat den geschrieben, Micky Krause singt den. Okay, alles klar, mal angemacht. Geh mal Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. Echt? Und dann singt der Org jetzt, vor kurzem jetzt gekommen. Ja, gerade frisch raus, glaube ich. Also Lieder meiner Heimat und Heino singt dann quasi nur ausschließlich Mallorca Hits, aber irgendwo, auf seine Art halt. Ja, aber eben nicht dieser harte Rock-Sound, sondern schon so ein bisschen, also nicht Polka, aber schon mehr Puffdata und singt irgendwie Cordula Grün, Leila, geh mal Bier holen. Leila ist von Eric Clapton. Ja, ja, genau. Leila. Ja, Leila. Zehn nackte Friseusen und so weiter und so fort. Diesen ganzen Kram irgendwie und ich habe nur gedacht, ja, also an meinen Kumpel Amaretto gedacht, irgendwie schöne Grüße an dieser Stelle übrigens. Der freut sich auch. Der freut sich auch. Der war der erste Song auf dem Heino-Album. Also wenn du es bis hier noch nicht geschafft hast, jetzt hast du es geschafft. Die Hommage ist vollfüllt irgendwie. Oh Mann, ey. Also ich finde den ja, ich finde den sehr spooky. Ich hatte tatsächlich mal einen Auftritt mit dem Herrn zusammen. Ja, hatte er seine Hannelore dabei? Na, selbstverständlich nicht. Hatten sie Lederklamotten an? Nein. Ach so. Das nicht, aber es war schon echt spooky, weil der Mann sich halt einfach auch teilweise nicht mehr an seine eigenen Texte erinnert. Ich meine jetzt, alles gut, der ist jetzt auch keine 37 mehr und der hat jetzt ja auch keine 5 Songs geschrieben, sondern wahrscheinlich 500. Gesungen. Gesungen hat er keine. Ja, ja klar. Aber das ist dann schon irgendwie interessant, wenn du so, wenn wir so ein Medley mit den größten Hits spielst, wo du denkst, naja, jeder, also gefühlt fast jeder Mensch, auch wenn der Heino hasst, kann diese Songs irgendwie mitsingen. Schwarz. Zumindest mal irgendwie so eine Zeile. Das ist dann schon heftig auf der einen Seite. der Mann ist, keine Ahnung, wie alt ist er, wahrscheinlich mittlerweile auch an der 80, oder? Ja, drüber, deutlich drüber. Ja, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Dafür ist es natürlich schon beachtlich, dass er da immer noch steht und das immer noch so macht. Er hat zumindest keine Schmerzen, der Bursche. Also das muss ja wirklich, das grenzt ja an Selbstironie und die habe ich bisher eigentlich nur in dem, gerade in dem Genre, eigentlich nur bei Mary Rose beobachtet, die wirklich mit ihrem, und bei Marianne Rosenberg, die da auch wirklich sehr, sehr lustig ist. Aber sonst diesen Augenzwinker-Effekt mit dem Blick auf die eigene Schlagerkarriere und so zu werfen, da tun sich ja viele mit schwer einig. Aber bei Heino... Aber wie immer, es gibt genug Leute, die es hören. Anscheinend, weil sonst wäre das Album ja nicht rausgekommen, sonst würde es sich wahrscheinlich auch nicht verkaufen. Es war nur meine überraschende Entdeckung diese Woche auf jeden Fall. Lieder meiner Heimat von... Jeder Mensch auf jeder Party lästert über Helene Fischer und was habe ich gesehen vor ein paar Tagen in München, wie viele Leute, war ein Bekannter von mir, war da beim Konzert. Alle kennen jede Zeile. Stadien alle voll und auf jeder Party, auf jedem Stadtfest läuft die Mucke rauf und runter. Und da sind wir wieder beim Thema, was erfolgreich ist, ist erfolgreich, weil es erfolgreich ist. Und eine schöne Überleitung. Wollte gerade die Gelegenheit nutzen, aber mach du mal. Meine Überleitung ist eigentlich scheiße, mach mal deine. Was erfolgreich ist, muss nicht unbedingt erfolgreich sein, weil so viele Leute hinterherlaufen, sondern weil es vielleicht auch einfach gut ist. Weil es auch einfach gut ist. Weil wir haben ja unsere kleine Rubrik, die Plug-In-Fluencer. Da wollte ich aber tatsächlich auch drauf hin. Genau. Und du hast ja erzählt... Hast du eigentlich beim letzten Mal, hast du da was drunter gelegt noch? Ja klar, ich habe sogar so einen Scratch noch drunter gemacht. Drunter gelegt nicht, aber ich habe nochmal so einen Tapestop drunter gemacht und nochmal dafür gesorgt, dass wir das nochmal richtig gemacht haben. Weißt du, was cool ist? Nee. Du hast doch hier Adventskalender. Ich habe original auf dem Hinweg gesungen, Plug-Influencer. Soll ich das machen? Achtung. Plug-Influencer. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch schaffe bis Sonntag. Ich bin ja morgen schon wieder weg. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Aber ihr habt es ja jetzt schon gehört. Ja, ja, ihr habt es ja schon gehört. Also sonst singe ich es nochmal eben. Plug-Influencer. Nimmst du einfach Adventskalender? Fällt auch nicht auf. Doch. Aber um das zusammenzupassen mit dem Plug-Influencer, ich wollte ja eigentlich auf dieses Plug-In raus, was ich auf meiner Festplatte drauf habe, nämlich Ozone von Isotope. Yes. Aber seltenst benutze tatsächlich. Und du hast ja quasi die Entdeckung letztes Mal schon angekündigt, Ozone 11 ist draußen. Genau. Ich habe beim letzten Mal, habe ich gesagt, dass das jetzt gerade raus, ich glaube irgendwie sogar an dem Tag oder irgendwie in dem Zeitraum der letzten Folge, ist es glaube ich rausgekommen. Ozone 11 war jetzt gar nicht so lange her, dass Ozone 10 rauskam tatsächlich. Und ich bin ja im Vergleich zu anderen Menschen immer etwas vorsichtig mit Updates oder Upgrades. Ich überspringe auch gerne mal eine Version oder sowas. Ich habe ja auch ewig lang noch mit Studio One 5 gearbeitet, bevor ich auf Studio One 6 gegangen bin. Ich habe den Ton, den die Leute jetzt von diesem Podcast hören, der ist auf Studio One 5 entstanden. Also wie gesagt, wir sind da anscheinend uns doch ähnlich, dass wir manchmal einfach warten, Das stürzt einfach nicht ab. Ja, was sind da für Features, was sind wirklich Änderungen, was sind Upgrades, also nicht einfach nur. Was bringt mich wirklich nach vorne und was ist nur. Und tatsächlich ist Ozone eine Software, ein Werkzeugkasten, an dem ich mich, also vermeintlich professionelle Engineers im Mastering-Bereich auch bedienen. Einfach, weil die Tools, die einzelnen Tools super sind. Aber natürlich nicht am Mastering Assistant. Das wollen wir mal klarstellen irgendwie. Also ich sage mal, jetzt komme ich gleich noch kurz darauf zu sprechen auf dem Mastering Assistant. Also ich benutze den natürlich nicht zum Arbeiten. Natürlich nicht. Aber mit Sicherheit ein super hilfreiches Tool in anderen Anwendungsferien. Ja, für immer eben schnell. Genau, es sind super Tools. Der Limiter ist wirklich richtig gut. Er hat richtig tolle Modi, wo du sehr, sehr transparent arbeiten kannst. Und es gibt noch ein paar andere, mehr spezielle Tools, Low-End-Focus und so ein Kram. Du hast natürlich deine EQs und Compressoren und so weiter. Wie viele Tools sind denn dann dabei? Weiß ich gar nicht. Da gibt es ja auch wieder Ozone-Element, Standard und Advanced, glaube ich. Ich kann jetzt nur für die ganz große Advanced sprechen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Alles. Ist das der Module oder sowas? Wie viele sind da drin? Ja. Ja, genau. Es sind alle, also alles, was du dir mehr oder weniger vorstellen kannst, ist da drin. Und ich war eher skeptisch und hab ja dann letztes Mal gefragt, soll man irgendwie drüber quatschen über das Update. Und dann kam ja auch in den Kommentaren ganz oft irgendwie, ja, wäre interessant. Ich habe auch ein paar Nachrichten gekriegt von Leuten mittlerweile. Ja, ich habe mir jetzt irgendwie Ozone geholt, aber weiß nicht, kommt nicht so klar. Was macht das? Und hin und her. ja, was macht das? Es sind erst mal, erst mal sind es Plugins. Und was hat diesen Assistant drin? So, das ist, das ist ja KI oder wie auch immer man das nennen möchte, AI. Ich bin ja weg von KI, weil KI heißt ja Künstliche Intelligenz. Ich nenne es gerne Machine Learning. Was ist die Basis, die dahinter steckt? AI quasi, ne? Ja, eine Maschine interpretiert und lernt. Genau, anhand von ganz vielen Songs, die die halt analysiert haben, Frequenz, Kurven und sowas. Und als ich dann mich tatsächlich mit Ozone 11 beschäftigt habe, habe ich gemerkt, okay, das ist, okay, krass. Wenn das wirklich so ist und wenn das gut funktioniert. Ja, was speziell? Das sind zwei Dinge. Ja. Und die mich total fasziniert haben. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, ob der EQ jetzt besser klingt, als der, ob der jetzt wie der Pultec und wie der Originale, ist mir scheißegal. Ne? Ja. Da gibt es auch Vintage. Hauptsache, der macht Dinge. Da gibt es auch irgendwie Vintage, Compressor und EQ und hast nicht gesehen. Ja, okay, geschenkt. Was wirklich interessant ist, sind sogar drei Dinge, Entschuldigung. Ja. Einen habe ich dir eben schon erzählt. Es gibt Operationsmodi für jedes Tool. Das heißt, jeder kennt das. Jetzt, wenn du jetzt einen klassischen EQ nimmst. Ja. Ich glaube, die meisten kennen den Verfilter Brücho 3 oder so. Du kannst natürlich ein Band anlegen, was sowohl für den linken als auch für den rechten Kanal gilt. Okay, verstehe. Stereo. Du kannst Bände anlegen, die nur auf den linken Kanal oder nur auf den rechten Kanal gehen. Du kannst, das hat ja mittlerweile auch fast jedes Tool, Mitte, Seite oder Sum and Difference Summe und Differenz einzeln bearbeiten. Was Ozone 11 jetzt in der neuen Version hat, was ich total toll finde, du kannst die Transienten und den Sustain-Anteil des Signals getrennt voneinander bearbeiten. Okay. Wir hatten es ja beim vorletzten Mal mit dem Deine-Cue. Als wir über den Deine-Cue gesprochen haben, genau. Ich hatte dann nachher auch noch ein Gespräch mit Andreas, war ich ja auch bei Andreas Balazkas. Genau, bei YouTube in der, wie nennt er das, in der Night Talk, Masterlab Academy. Masterlab, ja sowas. Genau, falls ihr euch das interessiert, schaut mal bei YouTube Masterlab Academy. Such nach Jörn Schlüter, da gibt es ein Thema. da gibt es ein Video, wo wir über das Wenn ich daran denke, packe ich es unten in die Shownotes rein und in die Videos schreiben. Wenn wir über den Deine-Cue sprechen, der ja auch im Prinzip das Signal aufteilt in einen Bereich über den Threshold sozusagen, also lautere Anteile und leise Anteile. Kann man ein bisschen ähnlich so betrachten. Der Deine-Cue kann natürlich und das muss ich hier sagen, noch tausend Sachen mehr als das, aber grundsätzlich ist das eine der Grundfunktionen. Und das kannst du und das ist jetzt das Tolle bei Ozone, das gilt nicht nur für den EQ, sondern das gilt im Prinzip für alle Module. Also das ist eine Erweiterung von diesen verschiedenen Einsatzbereichen, was weiß ich, Summe, Differenz, Mitte, Seite, links, rechts, also habe ich ja schon gesagt, links, rechts, Stereo, Mono und eben Transient Sustain ist ein weiterer Einsatzbereich. Okay. Was natürlich erstmal super viele Möglichkeiten birgt. Beispiel, klassisches Beispiel natürlich EQ. Ich möchte jetzt irgendwie die Höhen, ich möchte es irgendwie luftiger haben, aber da ist so eine High-Hat, die mensch macht, die kommt dadurch richtig heiß raus. Und wenn ich jetzt einfach klassisch da was reindrehe, dann kommt die High-Hat auch nach vorne und nervt mich. Und ich kann natürlich sagen, okay, ich möchte jetzt beim EQ nicht Transient, sondern Sustain und hebe da leicht die Höhen an. Natürlich ist das jetzt ... Schon cool, wenn du läscht zum Beispiel hast, Die kannst du heller machen, ohne dass du den Transienten wirklich so spitz machst, dass er dir die Trommelfilze zerreißt. Wie gesagt, also natürlich sind das auch alles Tools, wenn du es nochmal ändern kannst im Mix, geh in den Mix und änderst im Mix. Die Realität heutzutage gerade im, ich nenne es jetzt mal vermeintlich professionellen Bereich wieder, ist nicht so. Ich kann nicht mit jeder Mix-Revisionswunschänderung irgendwie an den Produzenten oder an den Engineer herantreten. Weil dann würde ich de facto, hätte ich eine Netto-Arbeitszeit von zwei Stunden pro oder drei Stunden pro Master. Ja, weniger fürs Master als mehr für die Kommunikation wahrscheinlich. Für die Kommunikation, für das Hin und Her. Und manchmal ist es ja auch einfach so, dass es so subtil ist. Ich habe es gestern Abend noch mit einem Kunden gehabt, wo ich sagte, der meldete sich als Feedback auf den Master. Und ja, echt ganz toll, was sich da geändert hat. Aber ist ja auch subtil, wo ich so dachte, boah, ich hatte schon Angst, das rauszuschicken. Weil es so viel ist. Ich war vom Mix. Einfach nur, weil ich Dinge eben gehört habe oder völlig anders wahrgenommen habe als er, der zum einen natürlich in die gesamte Produktion vom Songwriting bis zum finalen Mix involviert ist. Und zum anderen natürlich in einem anderen Raum, andere Abhörumgebung. Und, was wir auch immer wieder sagen, mit einem ganz anderen Fokus hört. Der hört natürlich darauf, sind die Vocals in Time, habe ich die richtig geschnitten. Weil ich habe die ja, als wir die aufgenommen haben, da war ja der Ton zu hoch. Den habe ich runtergetönt. Hört man das wohl? Keine Ahnung. Und ich höre den Song und denke, okay, cool, zu wenig Bass. Vocals haben zu starke Esslaute. Weiß ich nicht. Der technische Blick vor allem. Ja, klar ist das auch alles emotional. Aber, wie gesagt, ähm, Ozone. Ozone. Fernsehen Sustain. Mega geil für alle, oder alle, wo es Sinn macht. Alle Modules, wo es Sinn macht. Zweiter Punkt ist, in jedem Module gibt es einen Delta-Mode. Das finde ich super spannend. Das ist tatsächlich spannend. Ja, also Delta-Mode bedeutet immer den Unterschied zwischen unbearbeitet und bearbeitet. Jetzt werden alle sagen, ja, so ein Quatsch hört ja der Hörer nachher auch nicht. Das ist richtig. Der Hörer hört natürlich nur das Ergebnis, was hinten rauskommt. Also dazu muss man sagen, der Delta-Mode beschränkt sich ausschließlich aus dem Bereich, den du bearbeitest. Wenn du den aktivierst. Heißt, im Prinzip, wenn du jetzt das bearbeitete, ähm, ähm, wenn du das unbearbeitete vom bearbeiteten Signal abziehst. Drennst, genau. Und die Phase drehst. Dann bleibt genau das übrig. Ja. Klassischerweise EQ, 60 Hertz, 1 dB rein. Wenn du jetzt Delta-Mode machst, wirst du irgendwie, hm, 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 hören. Also das, was du veränderst. Die Änderung, hörst du. Und, ähm, das klingt erstmal so banal, aber tatsächlich gibt es gar nicht so viele Plugins, die das, äh, drin haben. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ich glaub, der TDR Nova hat das drin. Mhm, genau, der TDR Nova hat das drin. Ähm, diesen, diesen Delta-Mode heißt es. Vor zwei Wochen. Genau, Delta-Mode heißt es da, glaub ich, auch, ne. Und das ist so ein megatolles Tool, vor allem, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Ja. Ähm, gerade beim Limiter, der Ozone-Limiter hat, boah, lass mich lügen, 10 Operations-Modi. Mhm. I-C-E oder wie das heißt, ne, 1, 2, dann 3, Balanced, Pumping, wie das alle heißt, so. Also, wenn du dir mal wirklich anhörst, okay, da ist eine Gain-Reduction, keine Ahnung, 1, 2 dB im Limiter, was, was nimmt der denn da wirklich weg? Ja, ja. Ist da einfach nur ein, irgendwas, oder macht er, uh, uh, dann denkst du schon, okay, der klaut mir vielleicht den ganzen Bass daraus, ne. Ähm, einfach nur diesen Step zu haben, oder auch beim, äh, beim Kompressor, was zieht der mir denn da gerade ab, ne, äh, also, welche, welchen Anteil vom Signal, äh, reduziert er mir? Der dann jetzt gerade, ne, ähm, ist da. Ist natürlich auch wieder extrem nerdy, ne, also. Extrem nerdy, auf jeden Fall, aber gerade, ich hab noch so gedacht, als ich das gesehen hab, ganz viele Leute verstehen, glaub ich, gar nicht so, oder haben ja ganz oft, wissen wir ja. Ja. Wissen gar nicht so, was ein Kompressor, klar, okay, ja, der komprimiert, der macht halt weniger Dynamik. Genau. Kommt halt drauf an, wie du ihn einschwerst, weil er macht ja auch viel mehr Dynamik, ne. Ähm, und wir reden hier nicht über Make-up-Games, sondern wir reden halt über eine langsame Attack-Zeit, ne. Was heißt hier, tu da weg. So, ich kann nicht lauter. Ich kann nicht lauter. Äh, und wenn man dann die Chance hat, einfach mal so einen Delta-Mode zu haben und zu wissen, okay, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt das und das, und ich rede jetzt ja nicht nur über Mars-Sing, du kannst ja Osor auch auf deine Snare schmeißen, oder auf deinen Schlagzeug, oder auf deine Bokehs. Ja, ja, ja. Okay, das ist jetzt das, was er wirklich wegnimmt, klar. Oder dazu macht, wie auch immer. Oder dazu macht, ne. Ähm, natürlich ist das nicht entscheidend, was der Delta-Mode rausjagt, sondern das, was rauskommt. Ja. Aber einfach nur mal, um zu wissen, weil wir sind ja alle so ein bisschen, ähm, Gewohnheitstiere, ne. Und davon kann ich mich natürlich auch nicht loslösen, ähm, wenn ich jetzt, äh, Dienstag fünf Songs master und ich mach fünfmal irgendeinen speziellen Move und der funktioniert immer. Und ich denke, boah, geil. Ja. Dann mach ich das am Mittwochmorgen beim ersten Master vermutlich auch. Ja. Und bin dann vielleicht erstmal, muss mich dann selber davon überzeugen, ja, okay, ne, passt bei dem Song jetzt überhaupt nicht, ne. Und das ist im Mixing noch viel schlimmer, weil du ja noch viel größte Bandbreite hast. Du denkst, ah, Snare, komm, hau ich mal in 1176 drauf. Oder weiß ich nicht. Und vielleicht macht es das aber viel schlimmer, ne. Oder was heißt schlimmer, macht es schlechter, ne. Deswegen ist dieser Delta Mode auch wieder in, äh, so ziemlich jedem, äh, äh, Modul drin. Für sich als Selbstkontrolle einfach mal zum, zum, zum Überprüfen und so weiter. Ja, cool. Und das aller, aller krasseste Feature. Ich sitze. Sitzt ja auch. Das ist völlig, völlig unwichtig. Ja. Für alle, die ihre eigene Musik maßern, ist es Quatsch. Völliger Quatsch. Braucht kein Mensch. Aber. Aber. Für mich. Als Profi. Ja, oder, ne, ich will jetzt ja gar nicht sagen Profi, nicht Profi. Wenn du an einem Stereo-File, an einem Stereo-Mixdown arbeitest, weil du den von deinem Kunden geschickt bekommst oder weil der Laptop, wo der Mix drauf ist, abgebrannt ist. Und es ist nur noch das Stereo-Ding da. So, ne, oder du möchtest. Nicht dieser verschwundene Steely Dance-Song, der plötzlich wieder aufgetaucht ist. Okay. Ja, erzähl gleich mal. Ja, siehste. Es gibt ja, du kennst ja Master Rebalance. Ja. Es gibt ja in Isotope RX und es gibt ja auch in Ozone Master Rebalance. Sagst du kurz, was das ist, damit die Rolle aufgeteilt sind? Master Rebalance ist. Das Signal wird aufgeteilt. In RX ein bisschen anders. Ich rede mal über Ozone. Du hast im Prinzip Vocals, Drums und Bass. Ja. So, diese drei, nicht in Ozone. Ah. Das meinte ich. Okay. Da gibt's auch noch mehr. Da gibt's noch einen mehr. Es gibt Vocals, Drums und Bass und das ist so ein bisschen, er filtert eben aus dem Signal dann nur die Vocals raus oder nur das Schlagzeug. Das klappt mal mega genial, mal ein bisschen weniger mega genial. Aber ich sag mal, wenn du jetzt als Beispiel einfach nur denkst, ah, die Drums sind insgesamt und so ein, ah, und dann machst du hier dynamischer EQ und Transient Designer und die sollen irgendwie ein bisschen nach vorne. Manchmal packst du Master Rebalance drauf, du hast ein dB und denkst, jo, genau das meinte ich. Genau. Natürlich sind da irgendwie Artefakte mit im Spiel, aber ich sag mal, wenn du da jetzt nicht immer acht oder zehn dB oder was reindrehst, dann ist es eigentlich nicht hörbar. Also ich finde genau in dem Bereich, finde ich es mega cool, dass du wirklich ein dB mehr oder weniger Schlagzeugbass oder so für, ja, so ein bisschen mehr, so kleines bisschen. Genau, oder denkst, ah, ich krieg den Bass jetzt nicht perfekt lauter, ohne doch ein bisschen Bassdrum zu machen oder so. Ja, und im Mix würdest du einfach am Bassregler einfach ein dB draufgeben und fertig, ne, genau, als Stereo-File. Wenn du den Mix hast oder wenn du Stamps hast, dann lass die Finger davon, weil natürlich irgendwie ein bisschen irgendwas im Hintergrund passiert da immer. Aber, ähm, für Leute wie mich, die dann denken, ah, ne, oder mal per Automation die Drums in den letzten Refrain-DB-Lauter machen. Oder du bist Sänger und willst ein Playback haben, willst die Stimme aber nicht ganz raus haben und brauchst ein Playback, wo du drüber singen kannst. Kannst du auch weitgehend mitarbeiten, weil ich hab festgestellt, ja, es gibt halt Artefakte, die du da durchaus hörst irgendwie, aber wenn du drüber singst, sind die schon fast wieder weg. So, pass auf, und es gibt ja dieses, es war auch ein Modul, Master Rebalance, aber jetzt hast du die Möglichkeit, dein ganzes Processing, jedes Modul nur auf die Drums, nur auf die Vocals oder nur auf den Bass anzuwenden. Ach, hör auf. Das heißt, er rechnet quasi an allererster Stelle, nimmt er das Signal und rechnet die Vocals raus, was er ja im Master Rebalance aufmachen würde. Bei Master Rebalance hast du ja wirklich nur die Möglichkeit, ich glaub 6 dB Plus und 6 dB Minus. Jetzt nimmst du das, ich stelle jetzt oben ein, Vocals, und wenn ich jetzt ein EQ, einen Kompressoren, ähm, Limiter, was weiß ich, packe, dann betrifft das nur das Vocalsignal. Wow. Und das ist, ich hab das, als ich das gesehen hab, hab ich gedacht, wenn das funktioniert, ist das wirklich, dann ist das wirklich etwas, was es so meiner Meinung nach noch nicht gegeben hat bisher. Ja. Und was super, super hilfreich sein kann. Wir reden nicht über, ähm, über Best-Szenarios hier, wo du das nicht brauchst. Wo du einzelne Stems zur Verfügung hast. Ja, oder wo du es halt, wo du es einfach nicht benötigst. Aber auch da, äh, reden wir ganz oft und beobachtet das auch mal, gerade wenn ihr vielleicht euch wirklich für das Thema Mastering interessiert und anderen zuhört. Die Leute sagen ja nicht, ah, der Mix, der braucht ein bisschen mehr 6K oder der braucht ein bisschen mehr 100 Hertz, sondern die sagen ja auch, ähm, ich will, äh, keine Ahnung, die Bass drum ein bisschen punchiger machen. Oder ich möchte, äh, gerne die Vocals ein kleines bisschen mehr rausarbeiten oder sowas. Ja. Die reden ja nicht in 2K, weil sie 2K toll finden. Nee. So. Und in diesem Moment hast du die Möglichkeit, äh, zu sagen, okay, boah, die Vocals sind total spitz. Wahnsinn. Die sind total spitz. Was machst du bei einem Stereo-File? Du packst irgendwie ein, äh, dynamisches Tool, einen Multiband-Kompressor, einen dynamischen EQ oder das Hoof oder name it drauf und versuchst irgendwie so ein bisschen diese 2, 3K so ein bisschen zu dämpfen und vielleicht unten drunter, äh, ein, zwei Oktaven tiefer, äh, untere mitten, äh, 600 Hertz, 300 Hertz, 200 Hertz, so ein bisschen was reinzumachen oder so. Und das funktioniert ja auch oft super. Aber was natürlich auch passiert ist, dass die Snare, die bei 3K klack macht, dass die dann auch runter geht. Ja, genau. Und, äh, ähm, dass, keine Ahnung, äh, die Gitarre, die dann da bei 3K spielt, in dem Moment auch. Okay, die ist dann vielleicht auf der Seite. Alles gut. Aber du kannst es natürlich nie zu 100 Prozent kontrollieren. Was du dann sagen kannst ist, pass auf, ich habe hier jetzt dieses gefilterte Signal Vocals, ne? Da packe ich jetzt einen dynamischen EQ drauf, der soll bei 2, 3 Kilohertz, äh, an den besonders, äh, Aua machenden Stellen einfach ein bisschen, äh, runter machen. Und dann packe ich noch einen Exciter drauf und mache ein bisschen Situation in den tiefen Mittel. Und dann packst du das, und dann machst du vorher, nachher und denkst, die Snare hat immer noch den gleichen Attack bei 2, 3K. Und die Vocals nerven mich nicht mehr. Die Vocals stören mich nicht mehr, sondern sind jetzt deutlich wärmer. Ich stelle mir gerade die Frage, ob du theoretisch die Vocals sogar durch dein Outboard durchrouten könntest. Also dafür müssen wir das trennen wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist ja nicht komplett getrennt. Das ist ja dann wieder der Vorteil, dass du, äh, dass du dir nicht so viele oder nicht wirklich irgendwelche Phasenprobleme oder so holst, weil du ja nicht das Signal auftrennst und irgendwo wieder zusammenfüllst. Ja, natürlich. Innerhalb dieses Tools werden die das machen. Ja. Aber so hochauflösen wahrscheinlich, dass das dann nicht mehr da relevant ist. Ja, aber so, dass du, du kannst jetzt nicht die Vocals, äh, dann mit diesem Modul einzeln irgendwie anpacken. Also das müsstest du dann mit RX oder so machen, ne? Ja, 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 ja. Aber das finde ich wirklich ein absoluter Gamechanger in meiner Welt. Ja. Viele werden jetzt sagen, ja, okay, aber ich hab ja drei Fader weiter links, hab ich ja die Drums und hab den Bass und hab die Snare. Ähm, aber wenn du wirklich... Ja, aber muss ja nicht. Also wenn du wirklich, guck mal, wenn du so lange Musik machst, wie wir das jetzt schon machen, ne? Und ich hab wirklich auch Musik, die ich immer noch gerne höre, die ich ja auch vor zehn Jahren gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich komplett die Session nochmal starten und aufmachen kann, ohne dass ich den Mix neu machen müsste. Und wenn ich aber jetzt mit meinem heutigen Hören und mit meinem heutigen Geschmack da rankomme und denke, ah, ich finde den Song immer noch geil, ich finde den Mix eigentlich noch geil, nur die Vocals sind mir ein bisschen zu... Fällt mir direkt ein Song ein. Die Vocals sind mir ein bisschen zu spitz geraten für meinen heutigen Geschmack, würde ich sie ein bisschen, würde ich da nochmal beigehen, so. Dann wäre das das Tool meiner Wahl, weil dann brauche ich nicht in den Mix einsteigen, so. Absolut. Also wenn, klar, nochmal, wenn man, das ist keine, keine Anwendung für Leute, keine tägliche Anwendung oder sowas, ja genau. Das hat schon was von, von reparieren irgendwie ein bisschen, aber auch nochmal, bevor ich irgendwie eine Entscheidung treffe, die gewisse Kollateralschäden mit sich bringt, weil es einfach nicht anders geht, wenn du an einem Stereo-Pfeil arbeitest. Bevor ich das mache, kann ich ja zumindest in Erwägung ziehen, wie würde es denn klingen, wenn ich jetzt Ozone drauf packe und lass einmal die Vocals da, trenn die Vocals und pack da einfach ein EQ drauf. Oder ich hatte, witzigerweise, ich hab das auf die Spitze getrieben jetzt in den letzten Tagen, weil ich hab gedacht, es muss doch irgendwann anfangen, dass das Kacke klingt und dass man da irgendwie Artefakte hört oder dass da irgendwas passiert. Und ich hatte einen Song von einem Produzenten aus Irland und der Song musste quasi heute jetzt raus, ja. Und es war, war irgendwie gestern und er hat mir gesagt, ja, er ist jetzt leider nicht mehr verfügbar im Studio, ja. Das heißt, im Prinzip gab es nur noch die Möglichkeit, ich mach das Master fertig, schick ihm das und er kann mir sagen, ob ich noch irgendwas ändern soll, ansonsten der Song musste heute morgen beim Label sein, so. Und es war wirklich so, ein toller Mix, alles schön, aber die Vocals waren zu dynamisch für den Mix, ja. Das heißt, du hattest immer wieder Momente, wo sie total rausgepiekt waren. Ja, und dann wieder abgeschlossen sind. Im normalen Szenario gibt es auch tausend Möglichkeiten, was du da machst, ne. Du machst Automation, du machst Threshold-Automation am Kompressor oder am dynamischen EQ oder wie auch immer und versuchst halt diese Stellen beizubiegen. Was hab ich gemacht? Ozone, Vocal, Focus, also das heißt dann Focus, entweder Full-Mix, Vocals, du haben es Bass, Vocals und hab einfach auf diesen rausgerechneten Informationen einen Kompressor draufgepackt. Ganz normalen Guide-Button, als wenn ich da Vocals gehabt hätte. Hab einfach nur einen Kompressor draufgemacht, 1,8 zu 1 Ratio, ganz, ganz niedrige Ratio, ganz weich und einfach nur an den Momenten, wo es so ein bisschen rausgekommen ist, hat er die Vocals einfach so ein DB-chen, ganz entspannt reingemacht, dann noch ein bisschen EQ hab ich draufgemacht, bevor After klingt, als hätte ich Stamps gehabt und hätte wirklich jetzt an der Stelle eine Lautstärke-Automation gemacht. Keine Artefakte, überhaupt keine Probleme. Mega. Merkt das der Kunde? Naja, vielleicht im Positiven, wenn er sagt, finde ich geil, was du gemacht hast, dann ist es ja auffallend genug, weil wir wollen ja nicht negativ auffallen. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal, ich weiß, es gibt viele Leute, die da echt sehr, sehr negativ gegenüberstehen von diesen ganzen Stem-Separation-Tools und sowas und sagen, ah, wenn ich das mache, ich höre das sofort und so. Also ich würde sagen, ohne Arroganzung, ich höre schon eine Menge auch und bin schon echt sehr penibel und sehr... Das kann ich sehr bestätigen, der hört sehr, sehr viel. Ja, und auch so sehr so detailliert auf Sachen, die vielleicht auch gar nicht immer so wichtig sind, ne. Aber wenn einer sagt, boah, wenn ich da jetzt irgendwie hier mit Master Rebalance ein halbes DB Vocals mache, dann höre ich Artefakte oder so, ne. Phase ist auch ein wichtiges Wort. Dann habe ich immer sofort Phase. Ja, schön, dass das ein Monosignal ist, was du da hörst, ne. Es ist vollkommen egal. Es ist doch, wir haben gerade vor dem Podcast kurz drüber gesprochen, hält das den Weltit davon ab, ein Weltit zu werden? Nein, natürlich. Höchstwahrscheinlich nicht. Natürlich nicht, aber wie gesagt, das darf ja nicht unser Anspruch sein. Wir sind ja für die Audio-Welt oder sprechen für die Audio-Welt und unser Anspruch ist natürlich nicht, ach komm, das versendet sich, sondern das soll schon perfekt sein. Aber wie gesagt, ich habe es, ich würde da jetzt nicht hergehen und würde jetzt die Vocals 6 dB lauter machen und würde einen Kompressor mit 15 dB Gain-Redaktion und 10 dB Höhen reindrehen. Nein, natürlich nicht. Wir reden natürlich immer noch über Mastering. So, und da reden wir da mal ein dB, da ein bisschen und hier ein bisschen weniger dynamisch und hier vielleicht ein bisschen Exciter, hier ein bisschen aufmache. Dieses Update, diese drei Dinge im Prinzip, gut, dann mit dem Delta-Modus kann man vielleicht noch mal rauslassen. Das ist ja, das ist vielleicht ein bisschen sehr nerdig oder so, aber mit einem großen Lerneffekt, aber dieses Transient-Sustain-Mode und diese Geschichte mit diesem Stem-Fokus oder wie sich das nennt, finde ich, sind schon ein sehr, 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 sehr guter Schritt, auch wenn viele Plugins mittlerweile dieses Transient-Ding haben, Split-EQ, Dine-EQ, was weiß ich, wie alle heißen, aber das dann wirklich auf alle Module anzuwenden, was du wirklich sagen kannst, ich möchte die Transienten in den Höhen, die Hi-Hats, möchte ich nicht breiter machen, ich möchte nur alles andere breiter machen. Mir würde ja schon reichen, wenn sie Mitte-Seite mal, wenn sie Mitte-Seite für alle Plugins rausbringen würden, die in meiner Liste sind. Und was mir persönlich noch viel wichtiger wäre, wäre Autogain-Funktion. Ja, dass man einfach mal Autogain anmachen kann, wenn man das haben möchte und einfach mal sagen kann, okay, alles klar, ich möchte jetzt wirklich nur hören, wie der Klang sich verändert und im Rahmen der Möglichkeiten dieses Plugins soll es bitte ein Autogain machen. Das würde mich persönlich bei vielen Plugins interessieren. Autogain ist halt gar nicht so einfach, wie man denkt. Außer Frage, da muss ja viel gerechnet und gemessen werden und so weiter, deswegen will ich das gar nicht in Frage stellen, aber ich fände es halt trotzdem toll, wenn es da wäre. Absolut. Auch für Leute, die wirklich nur hören wollen, was sich verändert und eben nicht sich davon reinlegen lassen wollen, reinlegen lassen wollen von dem, was tatsächlich jetzt lauter geht. Aber wir können ja diese Rubrik mal an dieser Stelle mit Ozone, einem Loblied auf Ozone kurz mal abschließen und können auch sagen, wenn du oder ihr Vorschläge habt für diese Rubrik, für Plug-Influencer, dann schreibt gerne Wünsche unten in die Kommentare oder per Mail an info.daw-versteher.de, geht auch ohne Minus. Wir schauen uns das gerne an. Schauen wir uns das nicht nur direkt an, sondern checken das auch mit unserem Workflow ab und sprechen gerne über auch Plugins, die euch interessieren. Wenn wir sie denn auf der Platte haben, wir werden sie nicht dafür kaufen, Sophie ist mal sicher. Deswegen können wir diese Rubrik dann damit auch weiter am Leben halten und auch nah an euch dran halten, an dem was euch interessiert. Ich würde mir vielleicht eine Demo runterladen. Würde ich machen. Echt? Ich würde es machen, für die Leute, würde ich nicht. Ich freue mich in Hamburg übrigens schon, bei der Studioszene wird Witze auch rumlaufen von White Sea Studios, wo ich ja jetzt seinen Namen richtig weiß, Witze und dann auch White Sea für mich Sinn macht. Witze, White Sea Studios macht auf jeden Fall Sinn. Freue ich mich schon drauf, ihn wiederzusehen. Euch auch vielleicht bei der nächsten Studioszene. Und damit können wir im Prinzip diese Folge auch abrunden, weil wir sind schon deutlich über eine Stunde geschossen. Ich sehe das. Einfach nur, weil wir so viel zu besprechen hatten dieses Mal, aber das soll uns nicht davon abhalten, in zwei Wochen wieder mal uns zusammenzusetzen auf ein leckeres Käffchen. Wir sehen uns ja erstmal nächste Woche Samstag wieder. Das heißt für alle, die am Samstag, 7. Oktober müsste das sein. Genau. Auf der BeatCon in Duisburg unterwegs sind. Genau. Da können wir gerne einen Kaffee trinken. Nein, wir werden einen Burger essen. Ich hoffe, dass wieder dieser Streetfood-Burger-Stand vom letzten Mal da ist. Weil das war wirklich, ich muss schon sagen, ich trauere dem Burger täglich nach. Ja, dann müssen wir das am nächsten Samstag auf jeden Fall nochmal direkt auffrischen und überprüfen, ob unsere Erinnerung noch genauso gut ist wie das Original. Das werden wir vor Ort machen in Duisburg. Dann da auf jeden Fall im Landschaftspark ist das glaube ich direkt in dieser riesen Gebläsehalle da die Ecke. Treffen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr mögt. Und da sind Björn und ich, wir laufen da rum, machen gute Miene zu noch besserem Spiel und werden dann drauf die Folge erstmal über die BeatCon natürlich erzählen und da auch ein neues Plug-in besprechen und natürlich uns dann schon darauf freuen, was in Hamburg passiert. Ich werde auch berichten, was in Hamburg passiert ist. Nicht vergessen, Tickets zu kaufen für die Studioszene. Da gibt es auf jeden Fall noch Tickets. Mittwoch, Donnerstag. Nee, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag glaube ich. 17. 18. 19. Oktober. Mega geiles Line-Up, muss man sagen. Ja, und Link unten in der Videobeschreibung. Es gibt nämlich einen Discount-Code, den ich jetzt gerade hier mal kurz einblende. Damit könnt ihr nämlich die Tickets günstiger kaufen. Auch schon mal gut, falls ihr da vorbeikommen wollt. Definitiv eine gute Möglichkeit, uns auch zu treffen. Ich werde morgen auch nach Hamburg fahren für ein Konzert. Davon werde ich dann beim nächsten Mal berichten. Das wird auch sehr cool werden. Jetzt auch zum Steffen, oder? Nee. Willst du eine Kleinigkeit essen, oder? Doch, wir fahren zu Steffen tatsächlich. Steffen Henssler fahren mit der Kleinigkeit essen. Tatsächlich mal richtig Sushi essen. Der hatte diese Woche übrigens Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, Steffen. 27. September. Und ja, zusammen mit Atze Schröder. Kann ich mir deswegen merken. Beide haben am selben Tag Geburtstag. Und dann sehen wir uns ja in zwei Wochen schon wieder. Yes. Ja, dann noch an dieser Stelle und beim nächsten Mal dann live aus Hamburg. Und jetzt musst du deinen Teil machen. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn unser lieber Freund Jonas aus Münster-Wolbeck Folgendes sagt. Lerne die Regeln und dann ignoriere sie. In dem Sinne, lasst euch gut gehen. Schönes Wochenende. Bis die Tage. Macht's gut und jassas. Bam. Hör mal. Du hast aber auswendig gelernt für heute, ne? Ich hab mich vorbereitet. Er stand auch in der Tageszeitung. Nein. Aber der Spruch ist wirklich gut. Vor allem auch in unserer Branche. Ja, es gibt, ich hätte auch sagen können, Andrew Scheps, es gibt keine Regeln. Hinterfragt sowieso kein Schwein danach, wie du zum finalen Ergebnis gekommen bist. Ja, ist aber zu lang. Ja, ist zu lang, ne? Und der hat natürlich auch nicht so eine philosophische Strahlkraft. Dafür hat er die schöneren Haare. Der Andrew. Ja. Aber nicht der Spruch. Haa. Sowieso. Und der frügel. Wo원scher. Und der frügel.